Hallo Leute, ich bin mit euch in Punta del Este. Der Ort ist bekannt als Cota Syra von Südamerika, liegt in Uruguay und hat doch einiges zu bieten. Ihr seht eine riesenlange Hochhausfassade, ein wunderschöner weißer Sandstrand und wir sind am Wahrzeichen von Punta del Este, den fünf Fingern, die aus dem Sand tragen. Und hier trifft sich irgendwie jeder mal zum Fotos machen. Also hier ist reges Kommen und Gehen. Wenn ihr hier mal vorbeikommt, stoppt unbedingt auch hier. Macht ein paar Bilder zur Erinnerung. Lohnt sich in jedem Fall. Ciao!